Hallo liebe Zebras, hier sind Ilja Gröf und Joncho Arsov und wir wünschen euch einen freund dritten Advent. Bis zum vierten Advent könnt ihr Preise von Weber's Hotel, Stadtwerke Duisburg, Nobel Kaffee, BG Unfall Klinik, Feinkunst Kersten und Sinalco gewinnen. Außerdem gibt es ein unterschriebenes Trikot von unserer Mannschaft. Heute starten wir mit einem Gutschein für eine Übernachtung für zwei Personen, inklusive Frühstück, im Weber's Hotel in Essen, unserem MSV Mannschaftshotel. Viel Erfolg und frohe Weihnachten! Okay, wir starten schon. Wir gehen so machen. Hallo lieber Zebras, sagst du zum Beispiel. Hier sind Ilja Gröf und Joncho Arsov. Wir wünschen, das sage ich, ich wünsche einen dritten Advent. Oder andersrum. Dass du hier weiter, okay? Ich muss also hier weiter, ja. Gut, dann lass mal so uns, ähm, dann sagst du das, wenn du willst. Außerdem gibt es ein Unter-, Unter-, Puh. Unterschrieben. Was? Wir... Ich hab vergessen, dass ich alle sagen muss. DSch Angie überreden. Wie was da? Geht es dir? Wenn ich... keine GRE. Ich hab爐,alabendfrist eingefohlen! Ich hab prayer gesagt. Vielen Dank.